Alle Infos zum richtigen Spielen der Echelon-Klasse in Ghost Recon Breakpoint. Los geht's! Wenn du dich für Ghost Recon Breakpoint interessierst, lass mir auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere die Glocke, denn bei mir dreht sich alles um Ghost Recon Breakpoint. Bei Nachtzuschlagen, durch die Schatten schleichen, Gegner töten, bevor die überhaupt wissen, dass er da ist. Das ist der Echelon. Der Fokus der Echelon-Klasse liegt ganz klar auf dem Schleichen. Fast alle Aspekte und Freischaltungen der Klasse unterstützen das Schleichen und den Kampf auf kurze Distanz. Damit das Schleichen besser klappt, hat die Klasse schon von sich aus einen erhöhten Tarnungsbonus im Schatten. Außerdem lässt sich über die Klassenprogression nochmals ein 20%iger Bonus auf die Tarnung freischalten. Um den Fokus auf das Schleichen nochmals zu unterstreichen, wird dieser 20% Bonus sogar schon auf Stufe 2 freigeschaltet. Von der Auslegung auf Kurzdistanzkämpfe zeugt die Fokuswaffe des Echelons, die Pistole. So gibt es für die Pistole bereits initial einen erhöhten Schadensbonus. Zudem kommen auf Klassenstufe 6 nochmals 20% Schadensbonus hinzu und außerdem fällt dann auch die Schadensminderung bei Benutzung von Schalldämpfern auf Pistolen weg. Normalerweise verringern Schalldämpfer den Waffenschaden um 20%. Der initiale Tarnungsbonus im Schatten sowie der initiale Schadensbonus bei Benutzung von Handfeuerwaffen beträgt 10%. Zudem kann auf Stufe 10 die ziemlich geile Maxim 9 Pistole mit eingebautem Schalldämpfer freigeschaltet werden. Bei Benutzung einer Handfeuerwaffe, egal welcher, kommt die dritte Klassenfähigkeit des Echelons zum Tragen. Der Reflexschuss. Damit zielst du mit der Handfeuerwaffe automatisch auf einen Feind, wenn er dich entdeckt. Du hörst dann so einen Pling-Sound und wenn du dann sofort in die Zielansicht gehst, zielst du automatisch auf den Gegner. Der Gegner darf allerdings nicht weiter als 150 Meter entfernt sein. Um ehrlich zu sein, bei mir persönlich funktioniert der Reflexschuss fast nie. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass ich komplett ohne Hard und so weiter spiele oder ob ich vielleicht zu langsam bin. Aber für mich ist dieser Pling-Sound einfach nur ein Indikator dafür, dass ich gerade entdeckt werde. Aber das nur am Rande. Auf Klassenstufe 20 schaltest du außerdem eine A2 Shorty frei. Das ist ein Sturmgewehr, dafür gibt es allerdings keinen Bonus. Im Spiel selbst gibt es außerdem auch noch eine Echelon-MP, aber auch hier gibt es bei der Benutzung keinen Bonus mit der Echelon-Klasse. Das Klassenobjekt des Echelons ist die Elektroschock-Pistole. Die ist ideal, um Gruppen von unaufmerksamen Gegnern gleichzeitig unauffällig auszuschalten. Du musst da nur aufpassen, dass bei den Gegnern kein Raketenschütze dabei ist, denn deren Raketenrucksack wird durch den Elektroschock explodieren. Die Elektroschock-Pistole kann außerdem ähnlich wie eine EMP-Granate Maschinen und Bodenthronen zeitweise lahmlegen und Flugthronen komplett unauffällig ausschalten. Also die explodieren dann auch nicht hörbar für die Gegner, wenn sie landet. Eine Besonderheit der Klasse ist übrigens die Nachtsicht, denn die ist nicht wie normalerweise grün, sondern schwarz-weiß, wie man das aus den Splinter Cell-Spielen kennt. Als Klassentechnik bringt der Echelon die Sonarsicht mit. Die funktioniert im Grunde wie eine Sensorgranate, also du kannst Gegner durch Wände und Hindernisse hindurch sehen. Anders als die Sensorgranate jedoch sendet die Sonarsicht drei Impulse aus und hat einen erweiterten Radius. Zudem werden alle gegnerischen Drohnen innerhalb der Sonarsicht gestört, was das Vorbeischleichen nochmals einfacher macht. Um diese Klassentechnik aufzuladen, kannst du Tötungen aus der Tarnung ausführen, also ohne dass du bereits entdeckt wurdest, und oder Tötungen auf kurze Distanz ausführen. Lässt sich auch beides ganz gut kombinieren. Wie spielst du nun am besten mit der Echelon-Klasse? Nun, am besten genau so, wie es der Aufbau der Klasse vorgibt. Meine Empfehlung, wie bereits eingangs erwähnt, bei Nacht zuschlagen, durch die Schatten schleichen und die Gegner töten, bevor die überhaupt wissen, dass du da bist. Echte Echelon-Meister legen übrigens ihre Hauptwaffe ab und infiltrieren nur mit ihrer Pistole das Feindgebiet. Dann haben sie nämlich auch wirklich keine andere Wahl als zu schleichen, denn nur mit einer Pistole ausgerüstet liegt man ganz schnell flach, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ich werde demnächst übrigens noch ähnliche Guides für die anderen Klassen machen. Abonnier gerne meinen Kanal und aktivier die Glocke, wenn du das nicht verpassen willst. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020